Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu Battlefield Hardline. Wir spielen wieder den Modus Blood Money und diesmal als Polizisten. Ja, ähm, ich bin hier gerade an irgendeinem Schütz dran. Und ja, wir fahren direkt mal zum Tresor von Gegnern, obwohl ich glaube, da kommen wir jetzt gerade sowieso nicht dran. Woher wir ja in der Mitte irgendwie noch diese Money Pills sammeln müssen. Daher weiß ich nicht, was der Typen jetzt hier gerade überhaupt macht. Ich schieße jetzt einfach mal ein bisschen drauf. Wird schon irgendeiner hier rauskommen. Okay, irgendwas haben wir auf jeden Fall schon mal getroffen. Wow, schnell hier wieder rein. Ich würde da wegfahren, Junge. Okay. Okay, der Heli ist jetzt ganz am Arsch. Gut zu wissen. Okay, ich dachte schon gerade, das wäre ein Gegner. Da ist nun ein Heli abgestürzt. Ja, campen wir jetzt hier oder was? Ich habe auf jeden Fall gerade von irgendwo was abgekommen. Ach, mein Gott, warum verschiebt der das Ding denn jetzt? Trottel. Oh, jetzt wird der mit der Kara weg. Ich glaube das nicht. Ist der jetzt schon voll oder was? Oh, jetzt ist die Garage da. Oh, jetzt ist die Garage da. Ich glaube, ich kann nicht mal fahren, oder? Da war doch gerade irgendwas. Na, geh aus dem Weg. Na, da haben wir dann. Hier, du gehst das Rad. Jetzt kann der Typ ruhig wieder fahren, wenn er schon hier rumheult. Was hätte mit dem eigentlichen Polizeiwagen, ey? Warte, für ein Mombo. So. Ja, was hat der denn jetzt vor? Ja, komm, fahr, fahr, fahr. Ich muss das schon da hochverlangt, oder was sehen. Ach, Mann, da war doch gerade einer. Fahr zurück. Ah. Ja, Mann, fahr zurück. Der will nicht hören. Der will nicht hören. Oh, Mann, zieh mir. Geld. Ja. wozu haben wir denn unseren gepanzerten freund wenn er uns nicht hilft gute frage so ist er denn ach jetzt können wir noch nicht mal bei dem spawnen oder was wer ist ja jetzt da damals dieses mobile kommandozentrum dann stellen das mal am besten deine näher hin stelag am besten mal hier ist er vielleicht ein bisschen geschützt jetzt stehen die da oben alle auf dem dach oder was verdammt gut das mit x war wohl nix ich will da ich will da rein ey wieso jetzt brauche ich jetzt hier wieder back on duty so schnell robber laufen vor uns so da einer von oben abschießt jetzt kämpften die alle da oben was sind das für spaß die hieß boah Junge kämpft da noch mehr ist doch nicht normal da liegt einer oben ist einer fängt ja super an so jetzt würde ich aber gern bei den kollegen hier wieder spawnen fände ich auf jeden fall nicht schlecht nur die frage wie kommen wir hier jetzt sicher wieder raus das ist auch gar nicht wie viel man überhaupt tragen kann lauf 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 schnell 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 kommt schon kommt schon kommt schon kommt schon kommt schon kommt schon waaa wie fest bin ich denn jetzt gerade Ja, stellen wir das Ding mal da ab. Äh, ja. Achso, ich hänge unter der... Äh. Okay. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt gerade war, aber egal. Ja, haben wir doch. Okay. Okay. Das Tor hat, kriegt er wahrscheinlich eh nicht mehr raus. Aber... Aber es sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus für uns. So ein bisschen zu bisher. Okay. Okay, irgendjemand über uns scheint einer zu sein. Okay. Thanks. Okay, die greifen unseren Tresor an. Oh, Junge. So. Okay. Okay. So. sammeln. Achso, ich habe schon Max immer. Ja, nehmen wir mal alles schneller rein. Ja, ich komme dahin, damit die Runde gehören. Okay, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein!